Haben wir gestartet? Hallo, Freunde! Hallo, 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 hallo. Reicht einmal Hallo oder muss man 100 Mal Hallo sagen? Einmal reicht doch. Ach so, wusste ich ja nicht. Hä? Mario, Super Mario 200. Warte, ich muss mich erstmal anhören. Erinnern uns doch. Tanzen, meine Hand tanzt. Ich komme aus einem Crossing und du aus Yoshi spielen. Yoshi spielen ist mein Lieblingsspiel, weil ich Yoshi liebe. Waaaaaah! Aua, hat mir getan. Ey, was ist das für ein Pfandkoch? Pfandkoch! Lass mich in Ruhe, Pfandkoch. Pfandkoch? Ich habe gesagt, lass mich! Nee, der lässt sich niemals. Boah, bin ich blöd? Welche Map ist das von? Mario, Super Mario 2. Ach, das ist Super Mario 2? Ja, das kennst du ja noch nicht, ne? Nö. Aber ich schon. Ja, stimmt mal schön. Wow! Held? Ami, du bist auch schon einmal gestorben. Ja, weiß ich. Ey, der hat mich kurz weggeschleppt. Was ist das? Mioooon! Mein Regenschuppen. Oh, das war der. Getränke. Ey, du schubst mich in mein Ei. Oh, das war okay. Wow! KC muss nicht ne Kugel geben. Wow! Ja, der hält mal gut. Hast du gesehen? Ja. Wow! Ich rolle runter in mein Ei. Ich habe gewonnen. Ja. Alles in Rollung. Will den da? Oh, ich muss jetzt gegen ein Neues kämpfen. Nein! Ich weiß, wer das ist. Wer denn? Hups, Lala. Lukina. Hallo, Lukina. Ich kämpfe jetzt gegen dich, okay? Ja, die mehr passt auf dir. Aber du musst auch... Wow! Wow! Oh, oh, oh! Oh! Du musst auch mal die Beine gedrückt halten, dass du dann auch kurz unbesiegbar bist. Aber was ist mit deinem Hammer? Ja, nicht einfach runterspringen. Ja, so können wir den auch nicht kriegen. Guck hier, Super Mario 2. Das Spiel! Das ist... Das ist langweilig für mich. Weil ich die schon mal gespielt habe. Hier ist ein Loch. Guck mal, Lukas, hier ist ein Loch. Wo ich drin fasse. Loch. Ich nehme den Luffelarm! Ich nehme, ich nehme, ich nehme gelb. Kann ich? Jo, jo. Kirby gegen Kirby, Kampf! Ich wollte Kirby nehmen, halt. Hey! Komm, wir nehmen jetzt immer den gleichen, ja? Okay. Jetzt habe ich einen ausgesucht und nichts runter tun, ja? Wo ist das denn das schon, das... Nee, aber komm mal vor mir, wir machen beides jetzt das Gleiche. Ich möchte das mal einfach machen, Luca. Aber ich möchte aber nur sehen, was diese Waffe macht. Aber nicht auf mich. Oh, das war diese OP-Waffe. Au. Wow! Wow! Ja, man, neuer Brawler. Hey, wie neuer Brawler. Luca, können wir das jetzt so einander machen? Ist das so? Nee, wir müssen aber... Eigentlich... Wow, ich bin OP! Komm, komm, komm! Wow! Alter! Na, das ist erst dann. Na, das ist... Ich bin... ... ... ... bitteschön oh super mario pilz du kannst den super mario pilz nicht was habe ich mich hier getan ja keine ahnung woher dieser ganze rauch kommt rauch au was ist das denn für ein europa die betrifft r oblivion war die anderen glaube ich auch lieber alt dabei im harp im äh alter hand okay ich habe ein schwerter namens Uah! Alter, wir kriegen unendliche Schaden, glaube ich. Ich, äh, unentschieden. Ich, äh, unentschieden. Ich, äh, unentschieden. Abi, komm zu mir. Nee. Aber nee. Ich möchte aber gewinnen. Amelie! BORN! CURBY! Bitte nur ein Mitschüler oder Smeider oder so. Mhm. Du wolltest doch immer den gleichen nehmen, jetzt darfst du ja aussuchen, upsie. Wen soll ich nehmen beide? Ja, du musst B drücken. Wir nehmen beide meinen Jochen. Okay. Oh! Nein! Nein! B! Yoshi! Ochen! Ich nehm den Lila. Wow! Du hast voll auf die Tastatur gerutscht. Du kannst. Du kannst! Ja! Lolololololau. Gluck, 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 gluck. Der brennt das Luca, guck! Oh, lecker! sag ich nicht rein das schlechtert mich weg ja tschüss noch tschüss das ist der schlechteste Pokémon, da kriege ich keinen Schaden glaube ich tanzen ja 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 tanzen Luka, warum bist du so klein? ey, ich bin in deinem Mini-Ei oder ich nehm jetzt nur Yoshi ich auch ey ich lasse ihn Rauch um rau 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 Ich brauch den neuen Schmesser. 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 Ey, ist meiner. Ich hab nen Bus. Nein, nein. Der hüpft einfach hoch. Nie weiß, dass du das überlebt. Ja, der bleibt immer lange da. Ne? Er hat nen Panooki. Ich kann den noch gehen. Wow, gegen die Kiste. Wow. Ist ja der voll was gebracht. Hau ab jetzt. Ihre an meinen Tanooki. Wie keiner von uns ist gestorben. Bam! Ah! Hihihi. Aua. Mein Kinn, ich hab jetzt wegen mir gestorben. Aua. Ich hab gewonnen. Juhu. Ich mag sowas nicht. Ich schon. Oh, was ist das denn für ne Map? Aua. Yoshi Land. Yoshi Land. Ich nehm nochmal Yoshi Land, wie die ne Map spielen. Oder wie auch zufällig. Was ist das denn? Yoshi. Yoshi Star. Okay, dann nehm ich auch wieder hier. Ich nehm nochmal den Großer. Mein 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 Juppa. Da ist ja viel. Aua. Jetzt tut da weh. Denkst du, jemand schmeißt von uns heute wieder den Green Scream um? Ja. Katzen. Wie viel zieht denn da einen Schlag ab, ey? Wie macht man so, wenn man mit denen einrollt, wie macht man das nochmal? Weiß ich nicht. Ich sag's dir nicht. Mami. Mami. Aber ich drück auch einfach alle vier Knöpfe. Oh, ich hab ein Ei geworfen irgendwie. Oh. Hast du's schon mal geschafft? Ja. Ach, ich weiß wie. Soll ich dir's sagen? Du musst den Ei so und dann musst du den hier immer so rollen. Den, den geht's auch. Ja, der wusste... Probier das mal. Warte, ich möchte das nochmal kurz machen. Das ist nicht. Luka, komm wir machen mal Eier gegen zusammen. Luka, wir setzen uns mal zusammen in ein Ei. Also wie? Wie meinte ich das? Also Luka, ich meinte so meist du. Oh. Feuer. Komm wir jetzt neben mir. Neben mir. So sieht es denn aus. Nochmal. Nein. Mach das weg! Ah! Ah! Uh. Vor allem hab ich meine Feuer... Hallo. Aua. Ich leb aber noch. Glaube ich nicht. Ah! Alter, wie das geklappt hat. Guck, hier ist ein Loch. Oh! Oh, das ist breiter geworden. Oh! Ja, dann mach doch nicht! Dann tu ne... Tu ne... nicht da so. Was ist das denn? Was ist das denn? Ginias? Brauchst du das? Hä? Nee. Wario! Oh nee! Moin Moin! Hallo Schwein! Du fette Oller! Du bist echt fett Mario! Warte! Zeig! Ein Motorrad! Zeig! Ich... Luca hat einfach... Ich... Ich möchte aber den haben, Luca! Ja, du gewinnst... Du hast nur nicht ein einziges Mal gegen einen neuen Smasher gewinnt, den ich auch unbedingt haben wollte. Ich glaube ich hab's mal gegen Bowser geschafft, Luca. Nee. Ja, vielleicht gegen Bowser. Aber... Luca, wie lange soll ich hier irgendwie aufnehmen? Guck mal, wie viel ich hier gemacht hab' sonst außer Bowser. Ochen! Nein, ich bin nicht fertig! Warte, nee! Die beide, ja? Mein Name Mario ist fein. Hä? Luca? Machst du mir nach, hä? Ich darf es machen. Hey, ich hab ne andere Yudong City Map ausgesucht, hä? Du hast zufällig gemacht. Nee. Nein! Komm Mario, mach das doch jetzt! Wer ist mein Mario nochmal? Oh! Ich weiß ja, mein Mario ist... Der blaue? Ja. Doch! Doch! Nee! Ja, hol den! Smilder da! Voll scheiße! Da liegt's einfach ein Eisbär, ne? Was hat der Eisbär gemacht? Luca, wie lange könnte der noch schwimmen? Zehn Jahre! Oh, da ist ein Fisch gewesen! Luca, der Fisch hat mich wirklich erschrocken! Ja, und jetzt bist du down! Aber ja, der hat ja drei Leben, aber erst! Und was ist das denn? Aua! Was ist das denn für'n... Pokémon? Luca, ich spiele gut, oder? Nee, du spielst ja eh nicht! Nee, aber guck mal, Luca... Man spielst ja eh nicht so rum! Luca, wie sieht mein Controller aus? Deiner? Cool! Der ist ja grün, ne? Deswegen ja auch... Ogi! Hier läuft! Ne? Hier läuft! Und ich mag's, was ich mir tun... Du sagst es ja auch immer! Guck mal, hier sieht man noch die Knöpfe! Die sind ja schwarz! Alter! Aber ich bin jetzt mal gespannt, wer gewinnt! Hä? Ne! Unerzähliger Stimm-Klärm! Ja! Boom! Wollen wir's mal mit 5 Versuchen jetzt machen? Ugi, wir dürfen doch nicht lange aufnehmen, irgendwie... Ja, eine Runde ja nur noch! Darum geht's ja grad nicht, dass wir nicht lange aufnehmen! Eine letzte Runde noch und dann... Das möchte ich, Ugi! Ich mach's zufällig, ja? Du auch? Ui! Können wir? Ich bin bereit! Okay, mal gucken! Vielleicht haben wir auch den gleichen! Und nicht diesen Boxer! FFS 0 Uhr und 26 Minuten! 21 Grad Celsius! Ich glaube, ich bleib jetzt hier lieber frei! Wir haben ja beide viel Leben. Ich glaube, das ist nicht für dich. Ja, tschüss! Nicht tschüss. Doch, was denkst du denn hier? Muss da rein? Nee. Doch! Du haust jetzt ab hier! Hä? Du bist tot. Ich war doch da drin. Und du haust jetzt ab. Guck, du warst auch tot. Nee, du warst aber tot. Ich hab einfach nur Blume als Kram. Ja. 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 Wo bin ich? Wo bin ich? Wir sind beide unsichtbar. Ja. Ja. Ach dir bin ich schön. Ja so. Mal, du hast dich schwöne Kette ab. 4,3,2,2,1,2,3! Ich wollte gerade runterrennen. Mano! 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 Was ist das hier? Die machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ja. Au. Lass uns noch runter, wenn die Folge gefallen hat. Ich habe mich gerade hier voll weh getan. Ja, aber wir haben heute mal nicht den Greenscreen umgeschmissen. Ja. Ciao. Ciao.